Was ich jetzt schnell holen möchte ist das Weapon Upgrade. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wo das war. Ich glaube, der hat sich weiter ankommen. War das nicht hier? Da! Genau. Ich glaube, hier ist es. Hier ist es, glaube ich. Oder? Na, doch. Ist das das? Doch, das ist es. Nur ist halt ein anderer Weg. Oh Gott, okay. Ich hätte einen anderen Weg nehmen sollen. Nein, egal. Mal schauen, ob das funktioniert. Sehr gut, wir haben es. Okay, let's go. Let's go back. Let's go back. Okay. Ich hoffe, dass wir bei der Schmiede landen und nicht vorher. Also nicht danach. Weil ich habe ja nicht mit ihr geredet. Von dem her sollte ich eigentlich noch bei der Schmiede landen. Sehr schön. Gut, dann können wir das letzte Upgrade reinhauen. Sehr cool, dass es so funktioniert. Sehr schön. So, dann können wir jetzt das noch aufwerten. There we go. Und das letzte Upgrade für die Weapons. Sehr schön. Maximaler Schaden. Zumindest im normalen New Game. Sehr cool. Passt. Let's go. Und jetzt gehen wir runter. Ich bin fast runtergefahren. Sehr gut. Wir sind da. Sehr schön. Perfekt. So, jetzt sind wir da, wo wir vorher waren. Nur viel stärker. So, let's go. Starten wir. Wir haben Waffe full abgegradet. Wir sind ready. Und das Perry Iron, was wir nicht nutzen werden. Wahrscheinlich gegen den Boss. Wir sind ready. Let's go. Let's do this. Auf geht's. So, jetzt kommt der geile Soundtrack. Let's go. Okay, Beers. Let's do this. Ich würde den gern noch besiegen heute. Oh, ja. Mal schauen, wie lange wir brauchen werden für No-Hit. Die zweite Phase ist halt mega heftig. Mal schauen wir mal. Gucken wir mal, wie unser Damage jetzt ist. An ihm. Mega gut. Oh, damn. Wir machen ihn. Gott, wie gut. Oh, mein Gott. Der Damage beirrt. Boah, wir sind jetzt schon in der zweiten Phase. Aber jetzt wird's halt heftig. Jetzt wird's halt heftig. Vor daneben. Scheiße. Oh, ich bin ripped. Ja, das war's. Ja. Gott, aber wie schnell wir in der zweiten Phase waren. Ich hab leider meinen Special Attack verkackt. Leider. Ich glaube, ich weiß, wann wir sie einsetzen. Wir sind ja in der Phase, in der Special Attack Phase unverwundbar. Das heißt, ich glaube, wenn der zu mir dasht, dann hau ich rauf. Dann hau ich rein. Oh, shit. Ich, ich vergesse immer auf mein, auf das Verhärten, das Verhärten. Das ist in solchen Situationen so wichtig und ich vergesse es jedes Mal. Nein, daneben. Wie, 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 wie immer, wie kann das daneben gehen? Ich finde, so ein Skill soll das schon treffen. Uh, dieser schnelle Swing. Oh, mein Gott, aber das war nicht schlecht. Ich, ich, ich hab wieder die Ausweichentaste gedrückt, aber er weicht. Ohne Witz. Ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Aber mir geht das langsam echt am. Ich drücke Ausweichen, aber er weicht nicht aus. Ich spame jetzt einfach permanent die Taste, wenn ich ausweichen will und fertig. Nur ab und zu will ich halt einfach nur einmal rollen. Wisst ihr so? Wenn ich doppelt drücke, wenn ich hier so doppelt drücke, dann macht er zwei Rolls. Sondern mehr, ich will ab und zu nur das hier machen. Aber wenn halt die Taste dann nicht reagiert, ist das scheiße. Oh, oh. Das schon. Okay, jetzt hat vielleicht etwas verzögert, aber... Oh, mein Gott. Eieieieiei, zweite Phase, zweite Phase. Heftig. Aber wir schaffen schon mal die Härte deines Lebens ganz gut. Läuft eigentlich nicht schlecht. Eigentlich läuft es gar nicht schlecht. Ich dachte, er trifft nicht. Ich unterschätze immer den zweiten Swing, weil er slidet noch schön weit nach vorne und swingt dann. Ich unterschätze diesen Swing immer. Ich fand aber ehrlich gesagt, ich muss ehrlich sagen, diesen Boss, auch im ersten Playthrough am schlimmsten, den Ice-Boss, den finde ich am heftigsten von all den anderen Bossen. Oh, abgesehen vom End-Boss, ist er der heftigste in meinen Augen, finde ich. So empfinde ich es. Ich habe schon. Was? Okay. So schlecht getimed. Was? Das war ein Miss? No damn way! Ich weiß nicht, wie oft ich noch es drücken soll. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch drücken soll, bis er mal ausweicht. Ich weiß es nicht. I don't know. Hätte ich doch die PC-Version gespielt, aber da gibt es keine Trophys. Ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Dass manche dieses Problem haben und manche nicht. Manche haben dieses Problem nicht, dass wenn sie ausweichen, dass es halt nicht ausweicht. Ich habe das Problem. Manche andere haben das Problem auch. Manche haben das absolut nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Woran liegt das? Meine PS4 ist direkt hier neben mir. Das kann keine Connection-Problem sein. Dark Souls 3 hat keine Schwierigkeiten in Dark Souls 3. Und Bloodborne genauso. Der Input ist immer da. Immer. Nein, ich war jetzt greedy. Oh Gott, die Runde war so schön. Ich war jetzt so greedy. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Oh, dass wir es werden können. Ich dachte, er macht nur den einen Hit. Deswegen habe ich weitergeschlagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei den anderen Bossen nicht so lange hängen werden. Er ist halt irgendwie mein Nemesis. Keine Ahnung. Allgemein. Ich habe allgemein, was mir aufgefallen ist, gegen Ice-Bosse. Allgemein Schwierigkeiten. In Nioh 1 Out of Out, dieser Ice-Boss. Also eine Z. Da hatte ich auch Schwierigkeiten eine lange Zeit. Ice-Bosse liegen mir nicht. Keine Ahnung. Ich hasse allgemein Ice. Ich meine... Warum jetzt geht die erste Phase auch nicht mehr? Ich bin so dumm. Ich dachte, ich habe mein Special bereit. Wieso schaue ich nicht nach links unten, ob mein Special ready ist? Ich habe... Kartoffel. Kartoffel! Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020